Wir fangen an jetzt mit Training, jeweils 10 Minuten würde ich sagen. Wir fangen mit den Kindern an. SR2 50-60. Ich fange heute einmal vor für die Kinderbahn und Training SR2-Bahn. Könnt ihr einmal gucken, wie die ist. Die meisten kennen das ja von euch. Ja, dann fahren wir 12 Minuten zu zwei Runden. Zwei Läufe jeweils. Zum Schluss ist noch ein Pokallauf. Und den goldenen Stadel. Also Beinbruch und die Spahn. Lass die Knochen ein. Oh, gut. Vielen Dank für's Zuschauen. V nationalen Stadel. Zwei Läufe. Zwei Läufe. Das war's. 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 Das war's.